Franz Meerston, Günter Willers und ihre Maschinen. 320 PS. Sie fahren Terminfracht in aller Herren Länder. Auf sie ist Verlass. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aus, aus, das waren sie eben, sie sind weg. Das war's dann wohl, oder? Ich hab's überhaupt nicht kommen sehen. Auf einem Mal waren die da. Ja, weil die gepennt hast, du Arsch. Ich hab kein Auge zugetan. Dann hast du eben mit offenen Augen gepennt. 16 Stunden hintereinander fahren und dann noch wacherschieben. Das hält ja auch keine Sauer aus. Ich sag ja nichts. Ich sag nur, du hast gepennt. Das waren keine Griechen. Ich hab's ganz genau gehört, wie sie gesprochen haben. Das war nie Griechisch. Was denn? Hast du was verstanden, oder? Nee, aber das war nicht Griechisch. Ist ja auch egal jetzt. Was haben sie euch denn abgenommen? Meine Kohle. Geld. Seine. Wir sind sehr glatt auf die Ölge gegangen. Das dicke Geld rausgenommen. Ja, das haben sie mir dagelassen. Das hat sie überhaupt nicht interessiert. Und du machst am Morgen die Ladung von Meier fertig. Ich ruf dir an, dass wir in 14 Tagen den nächsten Schwung übernehmen können. Wenn der Villas und der Mairstone bis dahin zurück sind. Wenn die länger brauchen, übernehmen die neuen den Transport. Villas und Mairstone können dann den nächsten nehmen. Wir haben insgesamt 200 Partien von Meier. Das ist ein sicheres und glattes Geschäft. Das muss auch glatt laufen, jetzt wo es wieder ein bisschen aufwärts geht. Wissen Sie was von Mairstone, wie weit die sind? Irgendwo bei Caterini. Auf jeden Fall raus aus Saloniki. Auf jeden Fall aus Saloniki. Na endlich! Was macht ihr denn hier? Oh, wir haben so ein kleines Nickerchen gemacht. Guck mal her, es sind Freunde von mir von früher. Ja, Costas, Will. Tag, Meirstone. Wir haben uns hier getroffen, zusammen übernachtet. Einer Schub Wache. Und eingeschlagen. Genau. Haben Sie was geklaut? 10.000. Wie viel? Ja, meine vier. Jeder von denen hatte nochmal drei. 10.000 also. Hier in Griechenland? Ja. Habt ihr euer Geld nicht versteckt, oder was? Na klar, das ist es ja hier drin, hatte ich meine. Da. Ah, der Kerl heute Nacht, der hat sofort da hingegriffen. Ist doch ein perfektes Versteck, oder nicht? Nee. Aber bei denen haben sie nur die Portemonnaies gesucht und dann ab. Ich hab noch 300. Es reicht für einmal tanken, dann sitzen wir fest. Wir rufen den Chef an. Der soll uns Geld bringen. Was machst du bis dahin? Bis dahin machen wir hier Pause. Ich hab gedacht, wir rufen Mutti an, die soll mit meinen 20 Mille rüberkommen. Nee, das dauert zu lange und so viel hat sie auch nicht mehr. Ich kenn hier in der Nähe einen Typ, der heißt Shani. Wer ist denn das? Der macht das griechische Büro für Menzinger und Schlauch. Der hat immer einen Haufen Bargeld bei sich. Der ist mir noch ein Gefallen schuldig. Ein Freund von dir. Nur nicht direkt, das ist mehr so ein Typ. Von dem kriegen wir das Geld. Komm, wir haben keine Zeit zu verlieren. Okay. Macht ihr weiter, ja? Bis nachher im Dorf. Ja, tschüss. Morgen. Na, ein bisschen mit dem Zelt. Was ist die Verpumperung? Oder was? Nein. Shani, du müsstest uns mal ein bisschen Geld pumpen. Mein Kollege hier, der ist heute Nacht ausgeraubt worden. Bis aufs Hemd. Das ist wirklich interessant. Darum soll ich euch ein Geld geben, ne? Ja. Der hat nicht mal mehr das Benzingeld. Und ich hab leider auch nicht genug. Aber ich, ich hab's ja nicht. Ich hab's. Ich hab ein Geldscheißer für euch, ne? Gebt den Euro-Scheck. Ah, ein Euro-Scheck jetzt. Ja, aber was mach ich denn da mit einem Euro-Scheck? Da kann ich doch gleich auf die Bank gehen und den Leuten ein paar Witze erzählen. Da haben sie doch mehr davon. Ein Euro-Scheck. Also, was ist? Was ist ein? Nichts ist nichts. Ne? Sag mal, der ist dir den Gefallen schuldig? Shani. Du, pass mal auf. Geht. Jetzt passt es. Ja. Lachen wir euch gleich ein Geld. Und was war ohne? Weil ich's nicht zurückkrieg. Wer gibt mir das Geld wieder zurück? Du vielleicht. Du, ausgerechnet du. Meine Firma. Nicht einmal. Die Firma. Ich sag mal, weißt du überhaupt nicht, was mit der Firma los ist? Ne. Aus ist. Pleite sind's. Und jetzt zum letzten Mal, der geht. Von mir kriegt's kein Geld. Und wenn's euch am Kopf stellt. Sucht's euch einen Tepperten. Von mir los, zieh' nach Hause. Den Plätschen, wie sie gehört, scheiße. Das war schöne, Freunde. Gitter, lass uns mal einen Augenblick allein. Ich muss mit dem Mann mal unter vier Augen sprechen. Mach's groß. Ich kann so Zärtlichkeit meiner Männer nicht leiden. So, Shani. Jetzt erzähl ich dir mal eine Geschichte. Und du wirst gleich merken, dass es eine wahre Geschichte ist. Und dann wirst du uns jedes Geld pumpen. Und dann erzähl ich die Geschichte überall rum. Und dann kommst du in den Knast. Wegen Bestecher. Durch. Durch. Und das hat sich abgespielt im November 1977, am 25. Raff mich, Herr Ruh. Man kann ja doch über alles reden. Du wirst doch nicht, gell. Ich weiß nicht, dass du ein intelligenter Brasche bist. Kommt sie jetzt ab, 4000. Drachen, ne? Morg. 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 Wie ist das schon? Kannst du in Ordnung? Wollt schön sein. Na, ich dachte nur so. Bitte. Wiedersehen. Was hast du mit dem gemacht? Nichts. Warum? Wieso gebt ihr dir plötzlich das Geld? Kleiner Gefallen. Habe ich dir doch gesagt, dass er mit dem noch schuldig war. Wür ich dir das Geld gemacht hat? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020